Viele schöne Sachen auch am Hals, ja. Mädchen. Hallo Leute, hier ein kleines Informationsvideo für euch. Es geht um folgende Dinge. Es wurden einige Fragen gestellt und ich wollte das jetzt kurz klären. Also, erstens. Ja, Wallin gibt es noch. Natürlich gibt es sie noch. Er hat sich etwas zurückgezogen, weil er im Real Life ganz viel zu tun hatte. Wer es noch nicht mitbekommen hat, er ist auch gerade dabei Vater zu werden. Und deswegen gibt es ganz viel zu tun für ihn da. Das Weite hat er sich einen Kottkanal gemacht. Weil er ist ja wirklich ein richtiger Kottliebhaber. Natürlich werden ich hier bei Entertainment Brothers... Wir sind immer noch die Entertainment Brothers und es werden auch wieder Folgen irgendwann mit ihm kommen. Aber er ist jetzt da erstmal, ne, mit seiner Rolle als werdender Vater. Und dann will er dabei Kott so ein bisschen, ne. Jeder, der einen Together-Kanal hatte oder hat, kennt es. Man muss halt... Es müssen beide die Zeit haben gleichzeitig. Das war die letzte Zeit halt schwierig. Weil er dann stark belegt war, auch durch den Umzug. Dann war ich stark belegt wegen der Prüfung. Und so ist es im Moment die einfachste Lösung. Dass er sein... Immer wenn er Zeit findet, dann muss er sich nicht mit mir absprechen. Und kann dann einfach an seinem Kanal werkeln. Und ich werkel hier an dem hier weiter. Es wird dann ein paar Umstrukturierungen geben, hab ich mir gedacht. So kleine Personalisierungen vielleicht. Ein anderes Banner und vielleicht ein Intro oder so, was speziell jetzt auf den Dummschwätzerkram oder auf mich eben zugeschnitten ist. Aber sonst, ja. Läuft. Also. Guck mal bei Wall-in vorbei. So. Moment. Ich will die Box genau mit der Hand machen. Ah. Vielleicht auf meinen Pickeln. So. Hier ist die Box gleich. Später. Eine weitere Frage. Unser Netzwerk. Nach langem Hin und Her überlege. Ich hab mich mit Wallen unterhalten. Er hat gemeint, der ist dann natürlich komplett raus. Und jetzt soll ich halt gucken, wie ich das mach. Und in letzter Zeit ist so viel zu tun. Also ich kann das auf keinen Fall. Das geht nicht. Ich kann das nicht machen. Wir waren am Anfang ja zu dritt. Und da war es ja schon manchmal ein bisschen schwierig. Aber ganz alleine schaffe ich das nicht. Also das Netzwerk gibt es so nicht mehr. Mit Hanfkeks arbeite ich gerade an was anderem. Und er ist da wirklich sehr ambitioniert mit viel Herzblut dabei. Also er ist ambitionierter als ich, was das angeht. Bin ich mir sicher. Das ist so eine öko-grüne Sache. YouTube wird grün Bäume pflanzen, um den Baum tanzen und sowas. Daraus machen wir so eine Community-Netzwerk, wer mitmachen möchte. Also das wird das praktisch das alte ablösen. Aber es werden jetzt nicht automatisch die Mitglieder. Ihr müsst das halt selbst entscheiden, wie ihr das machen wollt. Und im Zuge dieser Schließung des Netzwerkes werden die ganzen Dienste eingestellt. Wie jetzt Homepage, Forum, die vorgestellten Videos und so weiter. Und rechts in der Subbox. Nehmt uns auch dann raus. Nicht, dass es dann irgendwie heißt, ja, aber öböböböbö. Ja, so. Raus mit uns. So. Sobald wir das Ding ausgearbeitet haben, das Öko-Kram. Dann könnt ihr euch jetzt angucken, wenn euch das zusagt. Das ist eine etwas einfache Reform von Netzwerk. Dann könnt ihr da natürlich auch einsteigen. Promoting, Pushing, Anfragen und so weiter. Also wir machen ja schon ewig keine Promo-Videos mehr. Wir haben das früher für alle gemacht. Später nur für Netzwerk-Mitglieder. Und jetzt machen wir es gar nicht mehr. Die Zeit ist einfach nicht da. Aber ja, die Zeit ist halt einfach nicht da, um so viel zu machen. Mensch. Ich habe mir, wenn überhaupt, überlegt. Das werde ich noch bestätigen. Noch confirm werde ich das müssen. Ich habe mir gedacht, weil ich es aber einfach nicht lassen kann, halt auch kleinere oder auch große. Mir scheißegal. Also doch ein bisschen hervorzuheben, will ich zumindest am Ende jedes Videos jemanden nennen halt einfach und im Video so verlinken. Einfach, ah übrigens, guck mal bei dem und dem vorbei. Jetzt passt auf. Ich weiß, ich bin ziemlich crank. Völlig egal, was ihr macht auf YouTube. Völlig egal, ob es gut oder schlecht ist. Scheißegal. Ihr müsst aber irgendwas machen. Nicht einfach einen Lernkanal oder inaktiv oder sowas. Aber ja, ich werde euch da einfach anmerken. Scheißegal, was ihr macht. Ich werde auch nicht dazu sagen, von wegen, der ist gut oder schlecht. Weil wenn es schlecht ist, dann will ich das nicht sagen müssen. Aber ich muss noch gucken, wie ich das da immer einbinde halt. Aber ich kann es halt einfach, ne? Ich muss doch, ich muss euch doch helfen. Ihr kleine Stinker. Bin ja selbst doch klein. Hör auf. Dann gibt es noch folgende Sache. Together, Projekte und zusammen zocken. Ich weiß, ich habe das letzte halbe Jahr eine zeliare Versprechen versprochen. Und die werden auch nicht gebrochen. Ich will mit euch zocken, bla bla bla, together. Ich weiß, ich habe da mit ganz vielen Leuten gesagt, ja wir machen das und das und das und das und Kartoffelsalat. Aber ich unterscheide die Sachen in zwei Dinge. Zusammen zocken. Das heißt zusammen zocken. Nichts mit aufnehmen. Das hat nichts mit euch zu tun, dass ich euch nicht auf dem Kanal haben will. Aber es hat Milliarden Gründe, warum ich einfach, wenn ich zu jemandem sage, okay klar wir zocken, dann will ich spielen und Spaß haben. Wenn ich was aufnehme, ist es immer Stress, Fraps, audacity, am Schluss zusammenschneiden, gucken hin und her, bla bla bla. Das will ich nicht. Ich will einfach, wenn ich mit jemandem zock, einfach zocken. Spaß. Also das hat nichts mit euch persönlich zu tun. Ich will es einfach nicht. Und dann ist es noch in Zukunft so, dass es gar nicht zu meinem Kanal passt. Also zu dem, dass es gar nicht zu dem Weg passt, den ich gerade beschreite. Und hier mit der, der aller, ja doch der ausschlaggebendste Punkt für die Sache. Das ist nämlich ein ganz einfacher. Hardware-Technisch bin ich limitiert. Ich habe nur eine 500 GB Festplatte. Und jeder Let's Player weiß, wie kack wenig das ist, wie groß die Dateien werden und und und. Da ich den Kanal zurzeit alleine betreue, das heißt für den ganzen Content sorgen muss, muss ich viel aufnehmen selbst. Und habe dann einfach die Platte voll. Also ich habe gar nicht die Möglichkeit aufzunehmen. Es geht nicht, weil die Platte voll ist. Ich habe eigenen Scheiß drauf. Deswegen dauert es auch so lange, bis ich ein Together-Projekt machen kann, weil ich vorproduzieren muss. Ich muss Zeitmanagement und Volumenmanagement betreiben, weil ich gucken muss, dass ich selbst rumkomme. Damit ich vom Platz her, dass das reicht. Weil die Platte einfach bei mir fast immer voll ist. Ich muss mir irgendwann mal eine scheiß neue Platte kaufen. Verdammt nochmal, ich weiß es. Aber ja, das ist schon so oft gewesen, dass ich mit jemandem zocke und es heißt, hey, willst du aufnehmen? Und jetzt sei mal dahingestellt, ob ich von vornherein nicht aufnehmen wollte oder aufnehmen wollte. Aber die Antwort ist dann so gut wie immer, nein. Vor allem, wenn es spontan ist, weil meine Platte voll ist. Also es geht nicht. Ich muss das im Vornherein wissen und hin und her. Auch gerade seitdem ich das mit der Facecam mache, ist das ja noch mehr. Noch mehr, ich habe da ja eine ultramäßige Kamera und die macht auch riesige Dateien. Also die Platte ist voll, ich kann gar nicht aufnehmen. Ja, also dann dürfte mir auch nicht böse sein. Wenn mich jemand fragt, hey, zocken wir? Und ich sage, ja, dann heißt das für mich, also wir zocken. Und wann das dann gemacht wird, das dauert halt einfach ein bisschen. Ich habe so viele Sachen am Laufen. Ich kann nicht immer dann direkt, ja, ja, klar, ja, zocken. Das geht nicht. Aber wir werden, wir machen es auf jeden Fall. Und dann Together-Projekte. Ich weiß, ich habe auch ein paar Together-Projekte versprochen und das machen wir auch. Aber da ist es noch krasser mit der Zeit, weil dafür muss man ein bisschen mehr einplanen. Wenn man mit jemandem zockt, eine Stunde, zwei, vielleicht drei, wenn es gut ist und das war's. Aber wenn ich mit jemandem ein richtiges Together-Projekt mache, dann trifft man sich, babbelt, nimmt auf, spricht sich danach noch und sowas. Und das ist so richtig Arbeit. Und deswegen cool bleiben. Wir machen das alles. Zu beiden Sachen, egal ob zocken oder Together, schreibt mich an. Schreibt mich jetzt einfach nochmal alle an, alle nochmal per PM auf YouTube, damit ich auch keinen vergesse, dass wir das langsam so abarbeiten können. Oder dass ich das langsam abarbeiten kann, weil ich zock natürlich gerne mit euch. Hallo? Mit der Community, mit den Fans, mit den Bros und Sis. Ja, ich bin doch mit den Bros und Sis. Will ich doch was machen. Ich habe mal angefangen, eine Liste zu machen, aber... Äh... Wo ist die hin? Jetzt wird ja mein Bildschirm schwarz. Der Bildschirm macht ganz schön ekliges Licht. So gefällt mir das fast besser. Jetzt zu den Aktivitäten einfach, die ich mache. Ich muss... Ich mache... Ähm... Dann mache ich Musik. The way you lie... I can't... The other one... Dann den Öko-Kraben, Unboxing und so weiter und so fort. Dann natürlich noch Networking, Social Media arbeiten, mit der Community Sachen machen. Es ist echt, äh... Viel zu tun. Ich habe ganz viel am Hals. Viele schöne Sachen auch am Hals, ja. Mädchen. Ich habe allein diesen Tätel hier. Das sind alles... Man kann es kaum sehen, das ist... Ich habe... Ich schreibe mir immer so ein paar Skripte für lustige Videos. Gary's Mod-Kont... Äh... Gary's Mod-Montagen. Real-Life-Kram. Sketche. Hin und her. Also ich habe eine Ziliade Sachen. Auf dem Desktop so viele angefangene Lieder. Ich muss halt echt mal jetzt rumkommen. Und dann habe ich natürlich noch ein Real-Life. Unterwegs. Äh... Weggehen. Rum. Äh... Machen. Also es gibt viel zu tun. Also jetzt chillt doch mal. Und dann muss ich doch jeden Tag ein Video für euch machen. Durch meine Haare. Wie lange meine Haare geworden sind. Das muss ja noch zum Friseur. Ich flipp aus. Und ich könnte auch mal wieder zum Barbier gehen. Äh... Jetzt fange ich wieder an... Jetzt fange ich wieder an zu ulken. Ulf! Mensch! Ulf!